In den letzten zwei Wochen hat Radio Korax zwei Interviews mit Felix Klopotec geführt, jeweils ein Gespräch über die beiden Denker der revolutionären kommunistischen Linken, Karl Korsch und Amadeo Bordiga. Karl Korsch als Autor des Buches Marxismus und Philosophie, eines jener Werke, das neben Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukacs als Gründungsdokument des sogenannten westlichen Marxismus gilt. Karl Korsch, Denker des Rätekommunismus, Lehrer von Bert Brecht, aktives Mitglied der KPD, Organisator einer Opposition gegen die Stalinisierung der Kommentaren, Theoretiker einer unabhängigen Linken. Einer, der nach seinem Tod in den 60er Jahren wieder aufgegriffen und zu einem wichtigen Bezugspunkt der neuen Linken wurde. Auf der anderen Seite Amadeo Bordiga, Gründer und erster Vorsitzender der kommunistischen Partei Italiens, Freund und Genosse, aber auch Gegner von Antonio Gramsci. Bordiga, der einen streng revolutionären, antibürgerlichen, ultraleninistischen Kurs verfolgt, im Denken mathematisch geschult, in seiner Konsequenz Gegner des Stalinismus, auch er stellt sich gegen die Stalinisierung seiner Partei. Fortan, Theoretiker des Linkskommunismus, der mehr noch als Karl Korsch in Vergessenheit geraten ist, dennoch eine kleine Zahl von Anhängern findet, die als Bordigisten bezeichnet werden. Felix Klopotec hat im März 2019 in Berlin einen Vortrag unter dem Titel »Revolutionäre Theorie am Nullpunkt – Die Linie Korsch-Bordiga« gehalten. In seinem Vortrag hat Klopotec nachgezeichnet, dass Korsch und Bordiga in ihrer Opposition gegen den Stalinismus Kontakt zueinander gesucht hatten. In der Zeit nach 1945 ist dieser Kontakt abgebrochen, »Beide sind als revolutionäre Denker isoliert, nur noch in kleinen Zirkeln wirkend.« Anfang der 50er Jahre veröffentlichen beide thesenartige, programmatische Texte. Karl Korsch in seinen »Züricher Thesen«, in denen er eine grundlegende Revision des Marxismus als »Theorie revolutionärer Praxis« fordert, »Bordiga« in seinen Thesen zum Marxismus, in denen er auf Invarianten der marxischen Theorie beharrt. Es ist, als ob Bordiga auf Korsch geantwortet hätte. Dieses imaginäre Streitgespräch haben wir zum Anlass genommen, mit Felix Klopotec noch einmal die Linie Korsch-Bordiga zusammenzuführen. Wir fragten ihn, was das Verbindende zwischen Korsch und Bordiga gewesen ist. Der Antistalinismus und die Kritik an der Involution, also die innere Konterrevolution, sage ich mal, der kommunistischen Bewegung. Genau, das ist das Gemeinsame von diesen beiden. Und das heißt ja nicht nur, dass sie sozusagen innerhalb der kommunistischen internationalen Bewegung eine Opposition versuchen zu organisieren gegen den Stalinismus, sondern das heißt ja, dass sie quasi zerrieben werden zwischen diesen beiden großen Blöcken, also Stalinismus auf der einen Seite, Faschismus, Nationalsozialismus auf der anderen Seite. Sie wenden sich gegen beides, gegen Stalinismus, gegen Faschismus. Und das ist ein Weg, so hatten wir das auch in den letzten beiden Gesprächen rekonstruiert, der am Ende eigentlich in die Isolation führt. Du hattest bei beiden erwähnt, dass sie am Ende jeweils nur noch in kleineren Zirkeln wirken. Ich würde da genauer auch gerne nochmal mit dir auf diese Nachkriegszeit schauen. Also was bedeutet das für solche Leute wie Korsch, wie Bordiga, vielleicht auch allgemeiner für Dissidenten, Marxisten, für Linkskommunisten. Wie hat sich für die dann diese Zeit nach 1945 dargestellt? Ja, da muss man tatsächlich noch einmal zurück in die 20er Jahre gehen. Also zu dem Zeitpunkt, wo dieses, ich sag mal, oder du hast es so gesagt, zerrieben werden beginnt. Denn der Weg von Bordiga und Korsch ist einer von oben nach unten. Das heißt, beide waren zu Beginn der kommunistischen Bewegung oder der weltweiten kommunistischen Bewegung ganz am Anfang der 20er Jahre führende Repräsentanten dieser Bewegung. Auf ganz unterschiedliche Weise, weil Bordiga schon sehr früh in seiner politischen Sozialisation auf dem revolutionären Flügel der sozialistischen Bewegung stand. Und der Korsch aus einer kleinbürgerlich-aufklärerischen Position über die SPD, über die USPD dann in die KPD gekommen ist. Nichtsdestotrotz finden sich beide so um 1921, 1922 ganz nach oben gespült wieder. Der Karl Korsch ist avanciert binnen kürzester Zeit zum führenden Parteiintellektuellen, der jungen KPD, also zu demjenigen, der die Autorität hat, den Marxismus konsequent revolutionär, also antisozialdemokratisch auszulegen. Und er ist darüber hinaus auch praktisch politisch tätig. Er ist Justizminister einer ganz kurzfristigen Arbeiterregierung in Thüringen 1923, wo also nochmal SPD und KPD für einen Monat oder für ein paar Wochen, sechs Wochen oder so zusammengekommen sind. Und Bordiga ist die treibende Kraft hinter der Spaltung der Sozialistischen Partei, hinter der Gründung der Kommunistischen Partei. Man muss natürlich immer sagen, Bordiga und seine Fraktion, das ist keine individuelle Heldengeschichte, aber er ist gewissermaßen der Sprecher, der theoretisch avancierteste Kopf. Und nicht nur das, er hat auch in der Kommunistischen Internationale, in der Comintern, im Exekutivkomitee, also im Präsidium, bürgerlich gesprochen, führende Positionen inne. Und sie geraten beide relativ schnell, also das ist dann auch tatsächlich eine Frage von Wochen und Monaten, in Konflikt mit einer neuen Linie der Comintern und auch mit einer neuen Linie in den einzelnen nationalen kommunistischen Parteien. Und diese neue Linie sieht so aus, dass die Comintern, die russische Partei empfiehlt, wieder Einheitsfronten zu bilden mit der Sozialdemokratie. Und nicht nur das, sondern sie empfiehlt auch das russische Revolutionsmodell als weltweit allgemein gültiges. Das hört sich jetzt sehr vorsichtig an. Sie will das natürlich massiv durchsetzen. Und die Kritik von Baudiga und Korsch geht dahin, dass sie darin einen Moment der Konterrevolution sehen, weil die Bedingungen in Russland nicht auf Westeuropa und erst recht nicht auf die ganze Welt zu übertragen sind. Und sie sehen darin eine völlige Fehleinschätzung des Charakters der sozialistischen, sozialdemokratischen Kräfte und des Charakters der bürgerlichen Demokratie. Und das führt dazu, dass sie von einem orthodox oder von einem strengen kommunistischen Standpunkt aus sehr früh dann in Opposition geraten. Und das ist kein diskursiver Prozess, der dann in einem Hin und Her der Argumente ausgetragen wird, sondern da wird natürlich mit sehr harten Bandagen gekämpft, mit persönlicher Denunzierung, mit dem Versuch, oppositionelle Kräfte zu isolieren, was ja dann in Russland sich besonders an der Person Trotzkis festmacht, zu so einer Art Symbol der Gesamtisolierung der kommunistischen Linken. Obwohl er selber gar nicht so links ist, aber ist ein anderes Thema. Und das führt tatsächlich ganz schnell dazu, nämlich schon so um 1926, wir reden also wirklich von einem kleinen Zeitfenster von zwei, drei Jahren, dass die beiden und mit ihnen ihre Fraktionen und auch die Kader, die sich ihnen zugehörig fühlen, eigentlich von jeder politischen Einflussnahme innerhalb der kommunistischen Bewegung abgeschnitten sind. So, das ist jetzt die Situation in den 20er Jahren. Und da, sage ich mal, beide ihrer Position treu bleiben und ja letztendlich auch von der Geschichte bestätigt werden, weil die kommunistische Bewegung sich als zahn- und machtlos auch gegenüber dem Faschismus erweist, in Europa, in Deutschland im Speziellen, letztendlich auch in Italien. Und weil der Stalinismus so dermaßen sein mörderisches Gesicht gezeigt hat, gibt es für die Linkskommunisten, also man muss es dann jetzt auch nicht so individuell auf Korsch und Bordiga zuspitzen, gibt es für die Linkskommunisten natürlich auch keinen Grund, von dieser Position abzuweichen. Ja, die Geschichte hat ihnen also auf die denkbar tragischste und blutigste Weise recht gegeben, recht gegeben in ihren Befürchtungen. Ich sage mal, das Dilemma setzt sich aber natürlich fort nach 1945, weil, anders als das auch durchaus Linkskommunisten erwartet haben, eben keine Renaissance eines unabhängigen kommunistischen Denkens und einer unabhängigen kommunistischen Bewegung stattfindet. Im Gegenteil, also es gibt vielleicht nach 1945 hier und da in Italien, in Frankreich, auch übrigens in den USA, so Momente, wo man hofft oder meint, da könnte sich eine neue Bewegung kristallisieren, aber das ist nicht der Fall. Die Welt erweist sich als tatsächlich Gespaltene in Ost und West und beide Mächte, Sowjetunion und die USA, haben die Arbeiterbewegung vollständig im Griff. Also die Isolation setzt sich nach 1945 fort und das ist für, um jetzt dann nochmal auf die Beine zurückzukommen, Bordiga, der Anlass, grundsätzlich sich über Gestalt und Gehalt des Marxismus Gedanken zu machen. Und das ist genau der Zeitpunkt, den du beschrieben hast als Nullpunkt der revolutionären Theorie und du zeichnest eben nach, dass die beiden in dieser Zeit auch einen theoretisch gemeinsamen Ausgangspunkt haben. Also du referierst auf zwei Texte, die genau versuchen, diese Situation, die du jetzt beschrieben hast, der Isolation und des Zerriebenseins und des auch Jenseitsseins von einer Massenbewegung, da referierst du auf zwei Texte von Bordiga und von Karl Korsch. Zunächst erstmal die Züricher Thesen über Marxismus heute von Karl Korsch von 1950 und fast genau zwei Jahre später die Thesen über die historische Invarianz des Marxismus von 1952 von Amadeo Bordiga. Du sagst, in diesen beiden Texten haben die beiden Autoren die gleichen Fragen, aber sie beantworten sie eigentlich diametral unterschiedlich. Vielleicht können wir zunächst genau nochmal die Fragen klären, die sie da stellen. Also was ist in beiden Texten die zentrale Fragestellung? Die zentrale Fragestellung ist in dieser Situation Mitte der 20er Jahre verwurzelt. Da entsteht die. Und sie lautet abstrakt, also so konkret steht das in den Texten nicht drin, aber ich denke, man kann das als Essenz herausziehen. In welchem Zusammenhang steht eigentlich der Marxismus als revolutionäre Theorie mit einer möglich revolutionären Praxis der Arbeiterbewegung? Welche Verbindungen gibt es? Und die Antworten fallen ganz unterschiedlich aus. Und das fand ich eigentlich das Faszinierende. Beide, Korsch und Bordiga, sind Mitte der 20er Jahre. Es kommt nie zur Entfaltung dieses Bündnis, aber sie sind eigentlich die Protagonisten eines möglichen europäischen Bündnis der oppositionellen linken Kommunisten. Und zwar kann man, wenn man mit der Lupe rangeht, auch schon damals Risse, könnte man Risse sehen, und wenn dieses Bündnis entstanden wäre, wäre es nicht konfliktfrei gewesen. Aber die Gemeinsamkeit beider Kritiker, der Kommentaren, der Bolschewiki, ist groß. Und beide haben ja den Anspruch, dass sie eigentlich ihrer Linie jeweils treu geblieben sind. Also das Faszinierende ist, beide beanspruchen für sich den geradlinigen, einen geradlinigen Weg. Also einen geradlinigen Weg in ihrer theoretischen Entwicklung. Und wenn man das jetzt ein wenig konstruiert und sagt, 1926, 1926 stehen beide auf einer gemeinsamen Plattform, an einem gemeinsamen Startpunkt. Und es gibt eine große Einigkeit in der Kritik der Bolschewisierung, die sich ja dann später als Stalinisierung erweist. Es gibt eine Gemeinsamkeit in der Kritik an der Sozialdemokratie, eine Gemeinsamkeit in der Kritik an der bürgerlichen Demokratie. Und wenn beide dann sagen, wir haben uns eigentlich in Bezug auf 1926 nicht großartig geändert, dann ist die Paradoxie, dass sie, als sie dann Anfang der 50er Jahre, ich sag mal nach der Selbstüberprüfung ihrer Gewissheiten, die Karten auf den Tisch legen, zu so radikal unterschiedlichen Bewertungen kommen. Nämlich die Bewertung von Korsch ist, dass es reaktionär sei, den Marxismus als revolutionäre Lehre zu rekonstruieren. Also er sagt, es hat keinen Sinn mehr, die Frage zu stellen, wie weit die Lehre von Marx und Engels heute noch theoretisch gültig und praktisch anwendbar ist. Und alle Versuche, die marxistische Lehre als Ganzes und in ihrer ursprünglichen Funktion als Theorie der sozialen Revolution der Arbeiterklasse wiederherzustellen, sind heute reaktionäre Utopien. Und Baudiga sagt genau das Gegenteil. Er sagt, gerade diese Rekonstruktion, also die Rückbesinnung auf das, was er die Invariante oder die Invarianz des Marxismus nennt, da kommen wir gleich drauf, gerade das ist das sicherste Mittel aller Abweichungen, die in den Sumpf des, letztendlich in den Sumpf des Revisionismus und der Anpassung und des Klassenopportunismus führen, alle Abweichungen zu bekämpfen. Und genau diese Spannung hat mich sehr interessiert und sehr fasziniert. Also wie kommt es, wenn man die gleiche Fragestellung teilt, wenn man den gleichen Anspruch an sich hat, nämlich nicht opportunistisch sein Denken in all den Jahrzehnten angepasst zu haben, wieso kommt man zu so radikal unterschiedlichen Ergebnissen? Genau, dann wäre die anschließende Frage, wie Sie das jeweils begründen. Und wir können uns das ja Stück für Stück anschauen. Also wir begründen Sie jeweils diese sehr unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen Sie kommen. Und wir könnten mit Korsch anfangen, einfach weil er seinen Text, auf den du dich beziehst, früher veröffentlicht hat, im Jahr 1950, die Züricher Thesen. Und wenn ich das sozusagen richtig verstanden habe, wie du es rekonstruiert hast, dann geht es ja darum, einerseits den Marxismus einer kritischen Revision zu unterziehen, auf der anderen Seite aber Marx auch selber in die Kritik zu nehmen. Und diese Revision besagt, Marx selbst war eigentlich noch viel zu sehr verhaftet im bürgerlichen Denken. Er hat zu wenig versucht, konsequenter Ausdruck einer unabhängigen Bewegung des Proletariats zu sein. Und diese kritische Revision Marxens führt Korsch dann dazu, andere Protagonisten auch mit in den Blick zu nehmen, die Marx sozusagen verworfen hat. Zum Beispiel den Handwerkerkommunisten Weitling oder aber den Insurrektionalisten Blanqui. Wenn diese beiden Namen als Stichwort ins Feld geführt werden, dann kommt mir das so vor, okay, vielleicht ist hier die Antwort auf so eine historisch ausweglose Situation, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg darstellt, vielleicht ist da die Antwort, sich eben Figuren und einem Denken zu widmen, die eben mehr auf die Tat und auf das Handeln bezogen sind, als zum Beispiel auf historische Bewegungsgesetze. Stimmt da mein Eindruck? Das ist genau richtig. Was Korsch brüchig erscheint, ist tatsächlich die Identität von Marxismus oder marxischem Denken und aber auch seinem Handeln, das darf man ja nicht vergessen, dass Marx ja 1848 praktischer Revolutionär war, und der Realität der sozialen Bewegung. Und zwar die soziale Bewegung von unten natürlich, die aufständigen Bürger und aufständigen Handwerker und Arbeiter 1848, aber auch dann die Konterrevolution durch den preußischen Staat, die Bewegung von oben. Und noch zu Beginn der 20er Jahre, in diesem berühmten Buch Marxismus und Philosophie, da war eben diese Identität, die war eben nicht problematisch, ja im Gegenteil, die musste eigentlich herausgearbeitet werden. Das war Aufgabe der Kommunisten. Das heißt ja erstmal nichts anderes als, dass die Texte des Marxismus nicht jetzt nur Texte über die Geschichte sind, sondern sie sind auch Ausdruck der Geschichte. Das heißt also, sie sind jetzt nicht nur eine Analyse des Klassenkampfes, sondern man muss sie selber als Bestandteil dann in dem Sinne natürlich des geistigen Klassenkampfes verstehen. Ja, und er sagt auch, es gibt ein Zitat aus Marxismus und Philosophie, das bringt es auf den Punkt. Er sagt, die Entstehung der marxistischen Theorie ist, jetzt selber hegelisch und marxisch, also dialektisch gesprochen, nur die andere Seite der Entstehung der realen proletarischen Klassenbewegung. Beide Seiten zusammen erst bilden die konkrete Totalität des geschichtlichen Prozesses. Das heißt also, dass, wenn man die Gesetze der Dialektik auf die dialektische Theorie selber anwendet und natürlich dann auch auf die Kader, die sie gewissermaßen exekutieren oder die sie formulieren, zum Aufdruck bringen, dass genau diese Art von Verbindung gesucht werden muss. Also der Marxismus ist nicht etwas, was über den Verhältnissen steht, was so vom Feldherrenhügel einer über jahrhundertlicher streckenden geschichtlichen Entwicklung urteilt, sondern es ist eingreifendes, revolutionäres, praktisches Denken. Die geistige Aktion, da merkt man auch so ein bisschen noch so die Herkunft Korschs aus dem Neukantianismus und aus der Lebensphilosophie, er sprachen wir von der geistigen Aktion, als Ergänzung des realen praktischen Klassenkampfes. Und er erkennt aber, da geht er nochmal, gerade auch in die Marxischen Schriften um die Revolutionszeit herum, um 1948, er erkennt aber, dass diese emphatische Einheit eigentlich nie bestanden hat, sondern der Zwiespalt lebt in Marx selber vor, der auf der einen Seite das Manifest der Kommunistischen Partei schreibt, worin enthalten ist eine Kritik, eine auch flüssige Kritik der Sozialismen seiner Zeit. Und auf der anderen Seite ist er als Publizist und als, ja, möchtegern Politiker oder als Aktivist in Köln, 48, 49, jemand, der hinter die radikalen Forderungen ja selbst des radikalen Teils des Bürgertums oder des fortgeschrittenen Teils der Bürger des Bürgertums zurückbleibt. Es gibt die Anekdote, dass er sogar sich dagegen ausspricht. Das müsste man nochmal irgendwie historisch genauer prüfen. Ich sage es aber trotzdem, also es kann etwas falsch sein, aber es gibt die Begebenheit, dass er, es soll sie geben, dass er die Verteilung des kommunistischen Manifestes, die Zirkulation in Köln, im damaligen Arbeiterverein, der größten Arbeitervereinigung im Preußischen Reich, unterbinden oder unter, ja, unterbinden möchte, weil er die Verhältnisse nicht so reif, selber nicht so reif sieht, wie er sie im kommunistischen Manifest schildert. Und Korsch kommt bei diesem Blick auf den Marx dieser Zeit darauf, diese Identität von revolutionärer Theorie und revolutionärer Praxis hat es so nicht gegeben. Und wenn es sie so nicht gegeben hat, dann impliziert das für ihn eine Rehabilitierung der sozialistischen Theoretiker und auch Revolutionäre, die Marx abgewatscht hatte, wie zum Beispiel eben Weidling oder Blanqui, und der geht ja noch weiter, er nennt auch Proudhon, er nennt Bakunin, weil er sagt, ja, also Korsch jetzt, ja, es mag schwerwiegende theoretische Fehler geben, nichtsdestotrotz, nichtsdestoweniger sind diese Leute ja auch Ausdruck, auch deren Denken ist Ausdruck einer realen Klassenkampfsituation, in dem Sinne auch legitim und in diesem Sinne lohnt es sich auch, drauf zu gucken, okay, welche Bedürfnisse, welche sozialen Strategien der Arbeiterbewegung haben diese Leute eigentlich artikuliert. Also was ist gewissermaßen an ihrem Denken das Unabgegoltene, was von der Marxischen Kritik an diesem Denken nicht berücksichtigt wird. Nun also als imaginärer Gegenspieler von Korsch, den du jetzt nochmal zusammengefasst hast, der italienische Linkskommunist Amadeo Bordiga, du sagst, es scheint fast so, als ob Bordiga auf Korsch antworten würde, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ja schon keine Verbindung mehr miteinander gehabt haben. Also Amadeo Bordiga will in seinem Text von 1952 historische Invarianten des Marxismus begründen, das fiel jetzt auch schon als Stichwort. Und das heißt ja vor allem herauszuarbeiten, dass durch die verschiedenen Erscheinungsformen des Kapitalismus hindurch, also liberaler Kapitalismus, Faschismus, Wohlfahrtsstaat, dass durch diese Wandlungen hindurch bestimmte Gesetze des Kapitalismus gleich bleiben. Gesetze, die Marx eben in seinen Texten gültig beschrieben hat, Beschreibungen, die also durch diese Wandlung des Kapitalismus hindurch ihre Gültigkeit behalten. Mir kommt das vor, um auch da nochmal sozusagen einfach meinen Eindruck zu schildern, wie eine Hoffnung im Negativen. Also in einer hoffnungslosen Situation, sagt Bordiga, schaut her, zumindest die Kritik kann mit einer gewissen Konstanz ihre Gültigkeit behaupten und kann dementsprechend auch artikuliert werden. Also sozusagen ein Durchhalten im theoretischen Sinne. Stimmt auch da mein Eindruck? Ja, das wäre die sogar streng aus korscher Sicht sich herleitende Betrachtung. Also sozusagen der geschichtliche Moment an diesem Denken Bordigas. Also das stimmt vollkommen. Also das ist völlig richtig zu sagen, selbst in einer historischen Situation, wo man auf ganz wenige Gefolgsleute zurückgeworfen ist und ja alle in der Arbeiterbewegung am bürgerlichen Staat partizipieren wollen und die nicht überwinden wollen, auch die kommunistischen Parteien im Sinne einer, wie sagt man, einer nationalen antifaschistischen Demokratie. Er selber lässt, und das ist das provozierende oder auch schroffe oder auch irritierende, er selber lässt Geschichte in seiner, in seinen Thesen über die Invarianz des Marxismus nicht zu. Also wenn man jetzt bei Korsch eine, ich sag mal, eine Überdosis Geschichte erkennt, die so weit geht, dass er Gegner von Marx rehabilitieren möchte, weil er sagt, sie sind eben nicht erledigt durch die Kritik, die Marx an ihnen geübt hat, fehlt das bei Bordigas völlig umgekehrt, umgekehrt, also in diesen berühmten Züricher Thesen, die ja dann auch so ein Gründungsdokument der Neuen Linken um 1968 wurden in diesen Züricher Thesen fehlen grundlegende Aussagen über, ich sag mal, ja den ja immer noch bestehenden positiven Gehalt der Marxischen Kritik. So gesehen sind diese Züricher Thesen und die Invarianz-Thesen von Bordiga nicht nur eine radikale Entgegensetzung, sondern sie stehen auch in einem komplementären Verhältnis. Diese Invarianz von Bordiga oder diese These von der Invarianz ist ganz simpel. Erstmal, er ist ja Brückenbauingenieur, ich denke auch, dass dieses mathematisch- geometrisch-ingenieurhafte Denken ihn sehr geprägt hat und wenn ich Brücken baue, dann muss ich, dann ist eine Voraussetzung des Brückenbauens, dass egal wie unterschiedlich die Bedingungen für den Brückenbau sind, also die unterschiedlichen geologischen Bedingungen, die unterschiedlichen infrastrukturellen Bedingungen, also was jetzt die Belastung einer Brücke durch den Güterverkehr und so weiter angeht, egal wie unterschiedlich diese Bedingungen sind, es gibt Elemente, die gelten für alle Brücken im Universum, im uns bekannten Universum, sage ich mal, egal wo und wie, unter welchen Umständen man eine Brücke baut, es gibt Gesetze der Schwerkraft, Gesetze der Statik, die sind universal. Das sind die Invarianten, das war, ich kenne mich da selber nur sehr oberflächlich aus, eine mathematische Theorie, fast schon Weltanschauung wegen Ende des 19. Jahrhunderts und steht im Grunde genommen am Anfang auch dieser physikalisch-mathematischen Revolutionen, wie sie dann zum Beispiel mit Albert Einstein und der Relativitätstheorie in Verbindung gebracht werden. Und tatsächlich sagt er und so, das ist jetzt seine geistige Herkunft von Bodiga, also etwas anderes als dieser Neukantianismus als bei Korsch. Und das sagt ja im Grunde genommen nichts anderes aus, als der Kapitalismus hat seine Erscheinungsformen durch die Konterrevolution, durch die Entstehung von Faschismus und Stalinismus, durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Wohlfahrtsökonomie, radikal, scheinbar radikal, ganz grundsätzlich geändert, aber unterhalb dieser Erscheinungsformen wirken die gleichen Gesetze, die mit einer Notwendigkeit auf eine Krise zusteuern, immer noch fort. Und die Arbeit besteht darin, sich gewissermaßen nicht von den bunten, vielfältigen, unübersichtlichen Entscheidungen verrückt zu machen, sondern stur darauf zu beharren, was ist an ihnen das Unveränderliche, solange es eben den Kapitalismus gibt. Und genau an diesen Scharnierstellen oder an diesen Wendepunkten auch in der Entwicklung des Kapitalismus hätte dann eine radikale kommunistische Kritik anzusetzen. Also nicht zu sagen, okay, es ist möglich, ein dauerhaftes Zeitalter der Prosperität zu stiften, was mit den Namen Keynes verbunden ist, sondern zu zeigen, okay, selbst oder auch so eine avancierte Theorie wie die von Keynes reproduziert letztlich unbewusst genau die theoretischen Kategorien, die Marx als verdinglichte oder als widersprüchliche aufgezeigt hat. Nur um dann nochmal nachzufragen, weil du erwähnt hast jetzt, dass es bei Bordiga eben auch diesen Ausgangspunkt gibt, dass er von einer krisenhaften Entwicklung oder von einer notwendigen Krise des Kapitalismus ausgeht, ist das auch so ein bisschen diese Position Luxemburgs, die ja eben auch in der Diskussion mit Bernstein sagt, es ist Revisionismus und man entsorgt den ganzen Marxismus, wenn man nicht davon ausgeht, dass der Kapitalismus mit Notwendigkeit krisenhaft untergehen wird. Genau, im Grunde genommen ist dieser frühe Konflikt schon der erste, der dann, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der sich dann, ich sag mal, bis zur neuen Linken, wo dann nochmal andere Subjekte auftauchen und nochmal auch anders auf Geschichte geguckt wird, aber gut, aber was dann die gesamte marxistische Diskussion im 20. Jahrhundert untergründig steuern oder strukturieren wird. Der Konflikt Luxemburg und Bernstein ist da tatsächlich ein sehr interessanter oder sehr anschaulicher Konflikt, weil beide im Gegensatz zum orthodoxen Karl Kautsky ja den Anspruch hatten, dass Theorie auch immer eingreifender ist. Während Karl Kautsky, der Marxismus Papst des frühen 20. Jahrhunderts, letztlich auf dem Standpunkt stand, dass es keine besonders enge Beziehung zwischen Theorie und Praxis gibt, was sich darin ausdrückte, dass viele praktische oder praxisorientierte Schriften von Kautsky irgendwie sehr zahnlos oder auch sehr opportunistisch wirken, mal besonders links, mal besonders rechts, also es ist nicht mit dieser Orthodoxie in der Theorie zu vereinen, gehen sowohl Bernstein als auch Luxemburg von einer engen Beziehung zwischen Theorie und Praxis aus. Bernstein aber nimmt dann ganz die Position der Erscheinungswelt ein. Er sagt tatsächlich, es ist alles nicht eingetroffen, es hat sich nicht so gewahrheitet, wir beobachten heute andere gesellschaftliche Prozesse, also müssen wir darauf auch theoretisch anders reagieren. Es ist ja interessant, das festzustellen, dass da was wiederkehrt und zwar deswegen interessant, weil es ja sozusagen das Bild eigentlich gibt, dass sozusagen dieser Bernstein-Luxemburg-Streit die Entgegensetzung ist von so revisionistischem Sozialdemokratismus auf der einen Seite und revolutionärem Marxismus auf der anderen Seite und jetzt scheint es mir ja so zu sein, dass es im Gespräch, dass wir darauf stoßen, dass es eine ähnliche Entgegenstellung auch irgendwie zwischen Bordiga und Korsch gibt, also dass sozusagen innerhalb des revolutionären Lages da auch sozusagen eine Entgegenstellung wiederkehrt. Genau, der Unterschied ist natürlich, dass Korsch immer auf der revolutionären Seite stand, das ist tatsächlich die Abneigung gegenüber allen staatlichen oder staatlich gesteuerten Vergesellschaftungsformen jetzt mal so abstrakt ausgedrückt, die ist bei Ihnen durchgehend, das ist, wenn man jetzt so will, seine Invariante, aber ja, in der Tat könnte man gewisse Strukturmerkmale jetzt in dem natürlich imaginären Konflikt, weil sie nicht in einem realen Diskussionszusammenhang standen, könnte man also gemeinsam Strukturmerkmale in dem Konflikt zwischen Bolliger und Korsch und den zwischen Bernstein und Luxemburg wiederentdecken. Und das ist ja interessanterweise, jetzt könnte man sagen, naja, aber wenn nicht daran, woran sonst zeigt sich denn die Existenz solcher gesellschaftlichen Invarianten. Es ist eben nicht alles relativ, sondern solange die praktische revolutionäre Bewegung vor offenen Fragen steht, werden sich diese offenen Fragen halt auch theoretisch reproduzieren. Wir sind bei den Aporien des revolutionären Denkens angekommen und wir haben jetzt eben auf der einen Seite die Position von Bordiga, auf der anderen Seite die Position von Karl Korsch und du sagst ja, beide Positionen haben ihre Berechtigung, beide Positionen haben auch in bestimmten Hinsichten Recht, obwohl sie sich auch gegenseitig ausschließen, sich widersprechen. Das heißt, hier kommen Aporien zu Tage, die diesem revolutionären Denken mit einer gewissen Notwendigkeit auch innewohnen. Worin bestände denn diese Notwendigkeit, also warum, wenn du von so einer Aporie ausgehst, warum muss sich denn das revolutionäre Denken in solche Aporien verstricken? Das kann man so beantworten. Also die, ich sag mal, innertheoretische Antwort wäre, es ist auf zwei Ebenen angesiedelt. Nun, also dieser Konflikt, den ich jetzt so ein bisschen konstruiert habe zwischen Korsch und Bordiger, ist ein Schamkonflikt, weil beide auf verschiedenen Ebenen argumentieren. Korsch argumentiert auf der Ebene der Einheit von Theorie und Praxis, die sich in geschichtlicher Hinsicht, Marx ist das beste Beispiel, halt nicht notwendig herstellt und Bordiger eigentlich noch abstrakter oder viel abstrakter, aber mit eigentlich strikt Theorie immanent. Das heißt also, die Invarianten des Marxismus gelten natürlich auch dann, wenn Marx ein schlimmer Hallo-Drie war, der letztendlich keine Ahnung hatte, was er da irgendwie aufgeschrieben hat. Also es ist bei Bordiger sehr entkoppelt von den, also auf so einer abstrakten Ebene angesiedelt, dass es von den historischen Figuren entkoppelt ist. Und Korsch, wie gesagt, das ist diese einartige Komplementarität, ist darunter und sieht im Grunde genommen das Handeln der historischen Personen in ihrem zeitgeschichtlich- sozialen Umfeld. Dann wäre also die erste Antwort, oder dann wäre jetzt die akademische Antwort, Scheinkonflikt. je nachdem auf welcher Ebene man eine Theorie oder eine soziale Bewegung betrachtet, kommt man durchaus zu sich widersprechenden Ergebnissen. Wenn man es jetzt nicht dabei belässt, also sich nicht damit zufrieden gibt, dass man halt alles in Scheinkonflikte auflösen kann, und man löst halt so lange die Scheinkonflikte auf, bis halt die, ich sage ich mal, die Abfolge der Argumente dann stimmt und unveränderlich ist. Also wenn man sich damit nicht zufrieden gibt und sagt, naja gut, es geht halt nicht um einen akademischen Streit der Ideen, dann ist es natürlich eine Sache der sozialen Bewegung und des Standes der Klassenkämpfe. Und das meine ich mit diesem Nullpunkt und das war Anfang der 50er Jahre eine für die überlebenden revolutionären Marxisten unglaublich trostlose Zeit. Sowohl Bordiga als auch Korsch, die beide Politiker waren, sind von der Praxis, aus der sie herkommen, auf die sie sich immer bezogen haben, abgeschnitten und versuchen irgendwie einen Zugang zu dieser Praxis, zu einer neuen Praxis zu gewinnen. Und das bleibt natürlich letztendlich immer einen Schattenboxen, wenn es außerhalb ihrer Köpfe und außerhalb ihrer Zirke keine revolutionäre Bewegung gibt. Und die Aporie ist also letztendlich eine Frage der Praxis. Wenn es tatsächlich eine Klassenkampfbewegung gegeben hätte, hätten sich auch viele theoretische Fragen anders gestellt. Nun hat es in der Zeit von Korsch und Bordiga diese Klassenkämpfe nicht gegeben oder du beschreibst eben diesen Nullpunkt auch als sozusagen eine Niederlage oder ein Stillstand von Klassenkämpfen. Nun hat sich aber gerade gezeigt und das zeigt sich auch in dem was du erwähnt hast, nämlich dass Korsch zum Beispiel zu einem wichtigen Bezugspunkt für die Neue Linke wird und 68 eine gewisse Rolle spielt. Man kann ja eben dann sehen dass es 68 sozusagen einen Auflamm von Klassenkämpfen weltweit gibt und das beschränkt sich ja nicht auf 68 sondern oft sind die 60er und 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein und vielleicht kann man sehen dass in Italien sich das besonders intensiv vollzieht und auch zu einer revolutionären Erhebung oder zu revolutionären Kämpfen wird. Wir haben 74 dann die Revolution in Arbeiterklasse jetzt blicken wir auf Korsch und Bordiga zurück und mir scheint es ja so zu sein dass also das wäre jetzt im Korsch Sinne auch die Historisierung wir sind wieder an einem Nullpunkt vielleicht wird zu dem zustimmen und genau deswegen blicken wir auf so jemanden wie Korsch und Bordiga Das ist tatsächlich schwer zu beantworten denn weiß man wenn man an einem Nullpunkt ist auch tatsächlich dass man an einem Nullpunkt ist oder weiß man das erst wenn man einen Schritt weiter gegangen ist und dann geht es entweder noch tiefer hinab oder es geht dann schon wieder aufwärts also jemand hat mal gesagt die Gegenwart taugt nicht zur Metapher ihrer versetzt und deshalb entwirft man sich auch immer in so historischen Bildern und das waren jetzt bei Korsch sehr stark dann die Revolutionäre des 19. Jahrhunderts und bei Bordiga steckt das im Grunde genommen sehr in der Abstraktion sehr verkapselt drin aber auch sein Bezugsraum ist einer der Vergangenheit also er bezieht sich dann auf diese Invarianz Diskussion in der Mathematik auf Einstein und wie sich Veränderlichem darstellt und so weiter und so fort und so gesehen würde ich sagen sind wir tatsächlich heute an einem Punkt oder wieder an einem Punkt wo die historischen Figuren an denen wir unser Denken schärfen können eben Korsch und Bordiga sind also ich sag mal man soll ja nicht sagen was bedeutet ihr Denken für uns sondern umgekehrt wie stellt sich uns eigentlich die Wirklichkeit da wenn man konsequent mit Bordigas oder konsequent mit Korsch Brille herumläuft und dann kann man indirekt darüber den Abstand auch von uns zu ihnen aber halt auch den unabgegoltenen Gehalt ihrer Ideen erlassen tatsächlich ich bin da selber gekommen kann auch selber als Einzelner gar nicht zu einem Abschluss da kommen ich finde es aber wichtig sich diesem Streit der nie ausgefochten wurde oder ausgetragen wurde sich diesem Streit auszusetzen also sozusagen von von Korsch diese Sensibilität für geschichtliche Verlaufsformen und geschichtliche Erscheinungen zu übernehmen und von Bolliger die Sturheit auf unveränderliche Merkmale oder unveränderliche das hätte er nie gesagt aber ich sage es jetzt trotzdem tiefen Strukturen des Kapitalismus zu legen und das heißt also das hört sich jetzt fast so ein bisschen so wie so eine Sonntagspredigt an aber in der Anerkennung der Unterschiedlichkeit geschichtlicher Entwicklungen sich nie darin verlieren und nie übersehen dass es trotzdem immer wieder Muster gibt gesellschaftliche Entwicklung vermittelt darüber dann auch theoretischer Streitigkeiten die immer wiederkehren werden solange es auch diese Gesellschaft gibt letztendlich aber das ist völlig klar letztendlich ist es eine ist es ist es und bleibt es eine Frage der Praxis und ich würde sagen spontan und ungeschützt wir leben in sehr politisierten Zeiten und wir leben auch in Zeiten in denen durchaus auch heftigere Kämpfe stattfinden oder wieder stattfinden aktuell sind das ja die ganzen Auseinandersetzungen um die Klimapolitik die auch faszinierend sind und die das zeigen die Erfahrungen rund um den Hambacher Forst auch sehr radikale Formen annehmen das wäre sozusagen der Korsch Moment darauf mit einer Neugier zu gucken und darauf auch zu sehen okay was steckt da auch an weiterreichendem sozialen und dann auch utopischen Gehalt drin und andererseits ich flüchte mich jetzt in so einerseits andererseits und andererseits mit Bordiga eben auf dieser Sturheit zu beharren dass auch der radikalste Klimakampf noch kein Klassenkampf ist oder zumindest derzeit noch überhaupt nicht oder nur ein Ansätzen mit Forderungen verbunden ist die eine Umwälzung der Eigentumsverhältnisse implizieren Ich habe das Gefühl dass wir da erstmal an einem ganz guten vorläufigen Abschluss angekommen sind Ja Schön Das kann man so sagen also man sollte jetzt von meiner Seite im Abschluss man sollte Leute wie Korsch und Bordiga auf keinen Fall so lesen als wären sie unsere Zeitgenossen das führt immer zu Verkürzungen oder es führt immer auch zu moralischen Vorwürfen weil man findet bei beiden natürlich nichts oder nur wenig zum Feminismus oder feministische feministisch anknüpfbare Standpunkte oder Elemente Ja es ist bei beiden sicherlich eurozentrische Denker oder Leute die ihr Denken im alten Europa geschult haben die Bewertung des Antisemitismus und die Bewertung des Holocaust das wären jetzt auch nicht die Kriterien oder die Stärken der beiden also es sind Denker Revolutionäre die aus der Oktoberrevolution auf der Katastrophe des Ersten Weltkrieges hinausgegangen hervorgegangen sind die da ihr Denken geschärft haben das heißt also man muss sie immer als historische Personen verstehen und ich warne davor und es führt immer zu großen Enttäuschungen sie wie Zeitgenossen zu behandeln und der Vorteil aber dass man sie nicht wie Zeitgenossen behandeln kann ist dass man halt aus dem Abstand den wir zu solchen Leuten haben sich auch bewusster wird wo wir eigentlich stehen haben